Musik In Wien, genauer gesagt in Wiener Prater, befindet sich das Jokoland Museum. Und genau dort zog es die Mühlbauers an einem kalten Sonntagnachmittag hin. Geh mal rein! Geh mal rein! Gesagt, getan! Ah, hallo, Gabi! Wie fast jedes Mal, einer fehlte. Und zwar Wolfgang. Ich bin der weiße Schokolade-Rakotter. Ich liebe Schokolade. Aber wie ihr seht, ich sollte ein bisschen aufpassen damit. Hoffentlich gelingt mir das heute. Wenn ihr fertig seid mit dem Museum, ihr bekommt ein e-mail, als eine Newsletter, die ist personalized, mit dem Video, mit dem Schokolade, 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 mit dem Schokolade. Und ich bin der König Schokolade. Und so erfuhren wir im Schokolade-Museum alle der Wissendes und Spannendes über die Herstellung von Schokoladen. Aber das Beste war natürlich das Kosten. Und das begann schon ziemlich zeitig. Und natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz. Wolfgang konnte es wieder einmal nicht erwarten. Und so kostete er alles, was nur irgendwie nach Schokolade aussah. Und so ging es dahin, an jenem Sonntag, im Schokolade-Museum. Wir bestaunten Skulpturen ganz als Schokolade und nahmen auch an diversen, unterhaltsamen, interaktiven Spielen und Installationen teil. Und dann ging es zur Sache. In einem Workshop erfuhren wir, wie man ehreste Schokolade und Pralinen herstellt. Ja, Schokolade war eine relativ coole Geschichte. Sehr innovativ hätte ich mir nicht gedacht, dass man Schokolade so aufziehen kann. Und es wird sicher nicht der letzte Besuch sein, den ich dort gemacht habe. Da wurde kostiert, Zutaten ausgesucht, um die ganz persönliche Lieblingsschokolade zu kreieren. Und jetzt haben wir's noch mehr. Und jetzt kannst du es rausfangen. So, was wir jetzt machen, ist wir schleichen ein wenigstens die Schokolade. Ja, das ist gut, jetzt stopp. the Schokolade hier. Die Schokolade wurde mit den Lieblingszutaten bestreut und dann ging es ab in den Kühler. Während wir auf unsere selbstgemachte Lieblingsschokolade warteten, gab es jede Menge Pralinen und edelste Schokoladesorten zu verkosten. Ja Foxy, die hätte dir auch geschmeckt. Aber Hunde dürfen keine Schokolade essen. Die Mühlbauers konnten gar nicht genug vom Kosten bekommen. Aber endlich war es soweit und die Schokoladentafeln wurden aus dem Kühler geholt. Und zum Schluss gab es ein Zertifikat, dass man die Ausbildung zum Chocolatier bestanden hatte. Mit herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt ein Schokoladier. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt ein Schokoladier. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt ein Schokoladier. Wow! Bevor wir das Chocolat-Museum im Wiener Prater wieder verließen, sahen wir uns noch ein wenig im Schokoshop um. Und eines könnt ihr euch sicherlich denken, wir nahmen noch so manch süßes Stück mit nach Hause. Dort wartete schon Foxy. Aber leider. Hunde dürfen keine Schokolade essen. Das kann ziemlich böse ausgehen. Ich habe die ganze Schokolade versteckt. Niemand bekommt sie außer mir. Hey, Chocolata! Hey, Chocolat! Untertitelung des ZDF, 2020